Den Behörden zufolge stehen noch weitere Verhaftungen aus, doch der Plan der multinationalen Verschwörergruppe, Atombomben in New York und Los Angeles zu zünden, wurde vereitelt. Sir, wir haben Fischer immer noch nicht gefunden. Wir können nicht gleichzeitig das Gebäude sichern und ihn suchen. Fischer hat absoluten Vorrang. Haben wir uns verstanden? Die Strafverfolgungsbehörden glauben, dass Massoud Ibn Youssef hinter dem Plan steckt. Heute Morgen wurde er vom FBI auf einem kleinen Boot im Hafen von New York verhaftet. Massoud wollte die Anschläge zusammen mit einer einheimischen Terrororganisation namens John Browns Army durchführen. Wir haben Mendes gefunden. Er liegt am Boden und noch keine Ausrüstung mehr. Fischer scheint den Besuch zu haben. Wenigstens lebt er noch. Und jetzt finden Sie Fischer. Durchkämmen Sie die Gegend in einem Radius von sechs Blöcken und sehen Sie an den Docks nach. Er entkommt uns nicht. Mehrere Mitglieder der JBA wurden heute Nachmittag bei einer Razzia des FBI festgenommen. Der Berufsverbrecher und mutmaßliche Terrorist Carson Moss soll jedoch noch auf freiem Fuß sein. Sir, wir haben eine bestätigte Meldung. Er ist an Pier 16. Nein! Moment! Er läuft zum Fluss! Verstärkung ist unterwegs. Er darf auf keinen Fall entkommen! Wir haben das spaltbare Material sichergestellt und alle an dem Plan beteiligten Terroristen festgenommen, so der FBI-Sprecher Roy Daniels. Das verdanken wir den tapferen Mitarbeitern unserer Polizei und der Geheimdienste. Fischer! Hier spricht das FBI! Stehen bleiben! Sie sind verhaftet! Er springt in den Fluss! Halt! Halt! Oder wir schießen! Daniels fügte noch hinzu, dass jetzt, Zitat, nur noch kleinere Fragen geklärt werden müssen. Und insofern finde ich das doch ein sehr gutes Spiel. Multiplayer, weil ich da gerade links auf das, äh, auf diesen Bildschirm schaue, Multiplayer ist auch gut gemacht. Also lohnt sich auch, das Spiel für den Multiplayer zu kaufen. Ich kann's nur empfehlen, jedem der Stealth und Schleichen und sonst was, solche Späße, jeder der sowas mag, kann mit diesem Spiel eigentlich nichts falsch machen. Ja gut, ähm, das ist eigentlich das Ende von meinem Let's Play. Das heißt fast das Ende. Ähm, schreibt in die Comments, wie ihr's fandet und, äh, ob's euch gefallen hat, was ich besser machen könnte. Wie gesagt, es war mein erstes Let's Play überhaupt. Also, kleines Feedback fände ich freundlich. Wenn's euch gefallen hat, empfehlt mich weiter. Und, ja, dann werde ich jetzt hier ein kleines Schritt machen und wir sehen uns gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Wir haben die Einsatzbesprechung, also die Nachbesprechung hier, die ganzen Ziele, alles geschafft. Belohnungen haben wir bekommen. Die uns jetzt sowieso nichts mehr bringen am Ende des Spiels. Und, ja. Und es gibt noch eine kleine Zusatzmission. USA, New York City. Und, ja. Okay. Also, da sind, ja. Okay. Meinen Sie, da ist was passiert? Keine Ahnung. Wir sollen zwar Funkstille halten, aber... ...ist schon drei Stunden her. Und das heißt, die ganze Sache ist wahrscheinlich geplatzt. Da geht es nicht. Ah. Okay, tut mir leid. Tut mir leid. Ich werde einfach kurz die Mission... ...neu starten. Ich hätte da nicht ums Eck rumgehen dürfen. Tut mir leid. Also bei der Mission geht es jetzt darum, dass Moss die letzte Bombe hat. Und die möchte er jetzt in New York City zünden. Und wir müssen das verhindern. Auf diesem netten kleinen Boot, das wenig Deckung bietet. Wie ihr schon gesehen habt gerade. Ja, und das ist der Inhalt dieser kleinen Zusatzmission. Also nochmal von vorne. Wir kommen aus dem Wasser raus, die Reden. Und... Dann werde ich mal versuchen, an denen vorbeizukommen. Ich habe keine Waffen. Ich habe nur mein Messer. Schwierige Sache. Aufgehalten worden, aufgehalten worden, bist du bescheuert? Er lässt sich doch die Übergabe nicht entgehen. Meint, wieder ist das passiert? Keine Ahnung. Es soll zwar Funkstille halten, aber... ...ist schon drei Stunden her. Und das heißt, die ganze Sache ist wahrscheinlich geplatzt. Vergiss es. Bring uns wieder in den Hafen. Massouf muss sich seine eigene gottverdachte Bombe besorgen. Auf der hier steht New York. Gut, um weitere Ausschreitungen zu verhindern, beziehungsweise zu vermeiden, werde ich jetzt nochmal kurz speichern. Und dann fangen wir mal die Mission an. Also, die Schiffsschraube dreht sich. Es geht vorwärts. Und Moss ist da oben reingegangen. Die Schiffsschraube dreht sich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank!